Lange Zeit Warum schaue ich hin zu dem Kreuz und betroffen leug ich meine Knie? Schaue Jesus, den Eiland der Welt, der mir all meine Sünden verzieht. Jesus starb hier für mich, er enthäuserte sich und nahm an eines Knechtes Gestalt. Jesus opferte sich und im Kreuz seh ich seiner göttlichen Liebe gewahrt. Darum schaue ich hin zu dem Kreuz und betroffen leug ich meine Knie. Schaue Jesus, den Eiland der Welt, der mir all meine Sünden verzieht. Schaue Jesus, den Eiland der Welt, der mir all meine Sünden verzieht. Schaue Jesus, den Eiland der Welt, der mir all meine Sünden verzieht. Vielen Dank.